Jungs und Mädels, liebe Freunde des 3D-Drucks und Bastelwaren, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Quick-Tipp. Ich mache momentan ein paar Quick-Tipps für Cura und versuche einfach in kurzer Zeit ein paar coole Tipps und Tricks in Cura zu geben, damit ihr bessere Drucke erzielt. In diesem Fall geht es aber nicht um bessere Drucke, sondern um eine bessere Stromrechnung. Denn dieser Quick-Tipp beinhaltet eine Funktion in Cura, die ich selbst entdeckt habe und die ich eigentlich ziemlich cool finde und seitdem nutze. Manche Drucker und vor allem die, die ein bisschen mehr kosten, haben die Möglichkeit, dass man nach ein paar gedruckten Schichten das Heat-Bed etwas runterkühlen kann und somit Strom spart. Das ist an und für sich cool. Man braucht natürlich dazu ein Heat-Bed, das auch wirklich den Druck hält, beziehungsweise geht es auch darum, mit welchem Filament man druckt. Also wenn man wirklich die Hitze vom Druck-Bed extrem dringend braucht, wäre diese Funktion jetzt ja natürlich Nonsens. Aber ab und zu mal, gerade bei PLA oder bei großen Druck-Beds, wie zum Beispiel bei meinem Ender 6, ist es so, dass ich das ganz gerne runterdrehen würde während dem Print oder vielleicht, dass ich das sogar automatisch machen könnte. Und das geht hier in Cura, indem wir bei den Materialien uns mal hier diese beiden Reiter ansehen. Wie immer, falls ihr diese beiden Reiter hier nicht seht, könnt ihr das Ganze hier über Einstellungen, Sichtbarkeit aufrufen. Dann gebt ihr einfach diesen Namen hier ein, den ich hier daneben stehen habe, oder der bei euch in Cura nicht vorhanden ist, setzt einen Haken und dann habt ihr es auch bei euren Materialien dabei. Bei diesen zwei Reitern geht es darum, wie heiß soll das Druckbett während eures Drucks werden. Zwischen 50 und 60 Grad bei PLA ist da ganz normal. Hierbei geht es nicht um den unteren Wert, sondern es geht um den oberen Wert. Der untere Wert soll der sein, der dauerhaft die ersten paar Schichten im Prinzip aufgeheizt ist. Der obere Wert, der soll der sein, der bis zum Ende des Drucks dann im Prinzip den Wert hat. Und ich komme hier auf 29, ja 28 geht noch, 27 geht nicht mehr. Auf 28 Grad komme ich runter und kann jetzt somit das Ganze slicen. Und nach ein paar Schichten wird eben meine Druckplatte hier runterkühlen, Strom sparen, Energie sparen und somit mir vielleicht irgendwann mal einen neuen Drucker organisieren, weil ich so viel Geld zusammengespart habe. Naja, ist vielleicht auch eine Illusion. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Quick-Tipp eine Kleinigkeit beibringen. Ist natürlich wunderbar, wenn euch sowas gefällt. Ihr könnt den Kanal jederzeit abonnieren, dafür wäre ich euch dankbar. Wichtig aber auch, dass ihr dieses Video liked. Natürlich habe ich euch zur linken Seite hier meinen letzten Quick-Tipp, beziehungsweise die Playlist hier zu allen 3D-Druck-Videos verlinkt. Und rechts könnt ihr noch den Kanal-Button abonnieren, also alles dabei. In diesem Sinne, Peace, Love and 3D-Druck. Bis zum nächsten Mal, schweig over and out. Ciao.